Also es ist ja so, unser Gehirn liebt Bilder. Unser Gehirn liebt gar nicht so gerne lange Worte und dicke Bücher. Unser Gehirn entzückt sich an Bildern und aus diesem Grund ist die Muttanke ein ganz komisches, vollkommen ungewöhnliches, kleines Büchlein geworden. Mit ganz, ganz vielen Illustrationen, Fotografien, Grafiken von mir, der Autorin. Weil ich eben weiß, dass das Gehirn Bilder liebt. Und so werden sie das Büchlein lesen und ganz enorm in die Gänge kommen. Und sie kriegen Mut. Ich habe mir überlegt, wo gehe ich sonntags hin, wenn ich irgendwas vergessen habe, an die Tanke. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch nett, man hätte so ein kleines Büchlein, wo man auch Mut tanken kann. Wenn es einem schlecht geht, geht uns immer mal allen Schlechtei irgendwie. Wir klappen es auf und dann sehen sie eine der Übungen oder eine der Storys, die ich ihnen erzähle. Und sie werden lachen und sie werden sich an eigene Storys erinnern, die sie erlebt haben. Und plötzlich ist das Leben schon wieder ganz hell und freudig. Und sie packen es an, denn Mut kommt von Machen und Tun. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen und ich freue mich auf Ihre 5 Sterne auf Amazon. Ich bin Dr. Waltraud Berle, Life Coach in München und Stuttgart, die Autorin der Mut-Tanke.